Norddeutscher Rundfunk Aber dann erklär du mal, lass uns den Geisenden versuchen. Sind wir denn eine ganz normale Familie? Geht's will, gar kein Geist, das gibt's. Man, wie die Leute... Da geht es, da bin die Leute. Das siehst du noch. Wir landen im Inspektor Schraubildchen, wo jetzt den Superchamp achtet, den Gangster und Handwerk gelöst. Merci, Superchamp. Wie viel der ist dann? Sehr gut, Mann. Super. Das lagen hier. So lange noch nicht keiner gelehrt wird. Hat man die The Weeknd? Hm? Die ist ganz komisch. Mach doch hin, Herr Busse. Gewinn Morddrohung. Nimm den Prinz Luke. Lasst von jetzt unseren Sofis mit der Taya Saverin Tador. Die werden reißen, wenn du auch nicht stellst. Ruf zu Superchamp. Wir? Superchamp. Die hast doch schon lange verschwunden. Da fand ihn die ne Fünd. Das meine mir nur ein Problem. Scheiße! Scheiße! Geh doch mal, Herr Busse! Ich muss in der andere Pfanne, wir unterkratzen sich. Ernie. Mit halte Caprichen. Briecht! 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 Kannst du nicht beflachen? Das letzte Sekunde ist nicht so weit. Stopp! Ab! Mach mich leid. Das geh ja nicht. Das ist der Kaffee. Okay. Bist du eine super, super stärk oder ist der normal? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. �